Unglaublich, jetzt bin ich hier in Curitiba. Vor einer Woche wusste ich nicht mal, dass ich hier fahre. Das ist echt geil, all die Leute hier und ich freue mich jetzt aufs Fahren. Das war eine super Erfahrung, das war meine erste Ausgabe, mit meinem neuen Werkzeug und ich bin super glücklich und ich hoffe, dass es so weitergeht. So, hier sind wir also, jetzt geht es dann gleich los, ein paar Minuten vor dem Start. Ich habe dieses Wochenende schon alles erlebt, Pausen, Premieren, jetzt kommt auch noch der Regen dazu. Ich glaube, nachher habe ich alles durch und bin parat für die Meisterschaft. Let's go! Es war super schön, es war wirklich schön, es war die erste Mal in der雨 und jetzt habe ich mich in den Räumen. Es war so schön, ich konnte mich mit allen unterstützen und ich bin super glücklich. Ich hoffe, dass es so passiert. Ich hoffe, dass es so passiert. Das war's jetzt halt in Brasilien, ein etwas einsames Rennen, ich bin da von der Box raus gestartet, wir hatten ein Problem mit dem Kühler, wieder mehr Erfahrungen, auf jeden Fall ist das Auto heil geblieben und insofern ein gutes Erlebnis und ich freue mich auf Marrakesch.